Runway? Nee. Das ist ja nix. Ah, hier ist Gebäude. Schau, was los ist da oben. Hele ist da. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Oh, wird schon schwarz. Was ist gerade passiert? Okay. Ich denke, du wirst kein Fan, dass ich da oben war. Oh, ich bin schon tot. Ich darf noch mal rüber. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ich bin nicht mehr. Ich bin noch kein Fan. Ich bin noch tot. Ich bin noch tot. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Nett! 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 Ja! Mal gleich vorfolgen! Oh! Oh, wo der Herr! Oh! Oh! Ist auch gestorben! Oh! 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 Mein Haus wieder! Großartig! 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 Oh! 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 Geld. Und dann noch alleine. Was für eine Show. Rein, hopfen, sterben. Rein, hopfen, sterben. Rein, hopfen, sterben. Und gleich nochmal. Uff. Ist ein bisschen zu weit weg diesmal wieder. Dann landen wir doch im Bunker und selbst. Der Feind nähert sich ja immer. Ah, Nase juckt. Ah, okay. Wir wollen da alle rauf. Dass ich sie alle auslösche. Nein. Der Feind nähert sich. Ah, den Molotow-Jaffen. Ah, ist gerade getroffen. Flucht. Feindlich ist ohne über uns. Oh, 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 oh. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ja, ja. Don't say you can setch him. It's your own transport balloon. Der Feind nähert sich. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Das passt schon. Big money, big money. Uff. Und wieder weg. Uff. Uff. Ah. Meie, wieder Beachheads raus. Feinde landen im Einsatzgebiet. Uff. 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 Ich hasse die Elfen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ne. Lass mich in Ruhe helfen. Uff. Die Elfenjagd heute. Ist doch vor mir wo gelandet. Ja. Uff. was hast denn wilder im screen wort hat er kämpft um alles gekommen wieder rein jetzt mal drüber ich bin unterwegs ich hab den 11 jetzt haben wir Prezession einfach beides warum nicht hier ist Stryker 3 1 alles klar Luftschlag im Anflug Premiere Landezonen markiert Extraktion in Bereitschaft keine Treffer diesmal der Feind springt über dem Gebiet ab auf den Himmel achten das macht doch schon die ganze Zeit der Feind der stirbt doch die ganze Zeit Muni feindlicher Präzisionsluftschlag in Deckung wie hat der Miet schafft er kann nicht nur viel gehabt haben so gut getroffen ok anscheinend nichts ok ok dann bleiben wir halt wieder da und können wir uns wieder attackieren jetzt mal sponsen wir ein bisschen weiter zurück als ob das mich stoppen würde gleich dahin lala ich hole mich hier dich trotzdem oi böser Krampus böser Krampus oh warte komm steig Gas steig Gas schnell er will den Roadkill auf mich oh warte na krass was lebt doch wo ist er 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 Oh! 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 Was zum Teufel? Holen wir uns die Rache? Ja, holen wir uns die Rache. Uff, 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 uff. Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Ja, damit! Das war nicht... Da hätte nur die geblendet werden sollen. Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Keine Rache für mich! Rache für mich! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Oh, die wird schon Pyrenid! Feinde landen im Einsatzgebiet! Ja, wo landen sie denn doch? Da! Oh, gut, still! Suchen die Höser absoluten! Suchen die Höser absoluten! Oh, das ist was ich brauche! Oh, das ist was ich brauche! Uff! Oh, das ist was ich brauche! Uff! So, noch! Noch! Korrekt, pardon! Jep! Zweifeln! Einwand brauchen wir nicht, Klasse doch! Mettions mit! und dann schaut doch damals immer weitere transportballons suchen hoffen wir das geld haben wir also rostasche mehr geld super ich will so nie abliefern werden wie es ausschaut geld geld das braucht man nie genug anscheinend ein großer landeplatz ohne besser ja ja geld nicht das bringt wir da pullstation nicht wirklich so hoffen wir es ging noch ja dann mein gerdboden ach nichts geld geld ja ja das nehmen wir mit das nehmen wir mit das geld soll ich da reingehen jetzt was ich brauche ist geld aber holen wir uns die kills nicht die 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 überlappt. Das ist gleich wie vorhin. Oh, komm schon. Beachhead es ist. Es gibt sehr viel Kopfhörter, Beachhead. So fies. Team ausgelöscht auch noch. Oh je. Da wird sich ja nicht Rachen kommen. Mal Präzision. Einmal Transport. Keine Treffer diesmal. Keine Treffer diesmal. Puh! Wirklich. Und schon auch noch. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Oh. Hmm. Oh. Einmal killen und einmal sterben. Ah scheiße. Was? Ich habe ein Feuertuss angerichtet. Zerplotten? Nein. Ah, das ist der Krampus. Was zum Teufel. Ich habe den Krampus gesehen. Ein Bildschirmfriedein. Und der Junge. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Der ist bei mir. Schön. Schön. Einmal sterben und einmal wieder sterben meistens. Oh, P-Chat. Ja. Da kann man schon mal landen. Acht Minuten. Boah. Ich glaube nicht ein Sniper. Sehe ich ihn? Ja, ich sehe ihn. Hören wir uns. Jep. Sorry Bro. War nur persönlich. Was der Schilder für mich gehabt hat. Es ist ein paar. Oh, oh, oh. Ja, das war klar. Das war klar. Oh, oh. Ein Kill, ein Tod. Wo geht's weiter? Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Ah, unten waren wir auch noch nicht. Feinde landen im Einsatzgebiet. Gutes Ziel, gutes Ziel. Gutes Ziel. Gutes Ziel. Oh, oh, da unten war er. Oh, boy. Oh, nee. Nee. Der Feinde springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Verlust. Feinde landen im Einsatzgebiet. Oh, sag dir. Links. Okay. Oh, er ist entkommen. Natürlich. Warum nicht? Bus. Oh, ich glaube, ich bin fertig. Oh. Oh. Okay, nichts mehr. Oh, nein. Ich glaube, wir werden Klerkler im Einsatzgebiet abgeladen. viele assist austeilen das wird wieder mal assist ausgeteilt auch so viel assist ich schaffe es eben bis auf die c auf zehn prozent runter zu bekommen und dann war es das ja ja oh Oh, 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 oh. 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 Oh, ja. Oh ja, ich habe es vergessen, Attack Helicopters, ich will es nicht beide auf mich gehen vielleicht. Doch holen sie, holen sie, oh wow, toll, bitte nicht eingesperrt da drin. Wow, this is pretty much game over. Oh, ich bin jetzt großartig bei den Rädern, rechtzeitig Helis, nein, böse Helis, ob sie wollen mich, sie wollen mich. Oh, ich will gar nicht zurück in den Kampf. Ah, zuerst Helis spawned camp. Da sieht man ins grüne Haus. Vielleicht will ich da nicht Helis spawned camp. Da war doch wer. Ne, ich werde Helis spawned camp. Ja, zu Ende. Heli, oh, ja, 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 ich stehe. Das ist der andere Heli. Soll ich vorstelle. Okay. Okay. Okay.